In Quietschi Ocha des Linglings und Bing Bings. Der Betz ist wieder hier. Und dann zock ich auch. Meine Begrüßungen werden immer besser. Ja schon, ja. Hallo YouTube. Hallo YouTube. Hi. Chained together. Es geht weder. Genau. Vom China Punkt aus. Ah ja, du wolltest ja die Asiaten schreien lassen gestern. Das weiß ich noch. Das hat er sich gemerkt. Egal wie müde ich war, Asiaten schreien, das merke ich mir. Oh, ja. Ich bounce dich hoch. Ja, ja, ja. Ich weiß noch, gestern, da ist doch was hänger blieben von gestern. Ja. Aber doch nicht so zu. Ich kann mich auch an das erinnern. Das haben wir noch versucht. Bist du sicher? Mhm. Da hat es uns dann richtig böse runterkauen. Also das kann ich... Genau so. Jo. Let's bounce, motherfucker. Let's bounce. Ah ja, genau. Und dann haben wir gesagt, das war... Ja, ja, genau. Ich weiß noch. Ja, genau. Wir sind an derselben Stelle nämlich gelandet. Das war's. Und jetzt war sicher auch wieder mein Fehler. So wie jetzt gerade eben. Ja, genau. Ja. Äh, warte mal. Wir müssen da rüber, ne? Wir müssen noch alles neu machen, oder? Nee, wir könnten eigentlich... Da kommen wir gleich hoch. Da ist der Lift. Aber wir müssen halt rüber zum Lift. Ich weiß nur nicht, ob wir hier rüber kommen. Warte mal. Schauen wir mal kurz. Was? Sieht nämlich... Oh. Oh. Verzeihung bitte. Das ist mal so hohe. Oha. Ich gucke runter. Nein! 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 Das passt. Das Wege! Das passt! ich glaube wir müssen nur die sieben tempel durch und da kann man dann irgendwie wieder zu dem lift ach ja da muss man ja ne warte mal das haben doch 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 wenn das ist ja wieder zu ja ja komm ruhig das war gerade aufgangen ja zockt die weiß es noch aber genau da muss man doch uns hoch ja genau aber in der andere richtung okay derselbe wort laut wie gestern das ist eine wiederholung das ist doch gar nicht live Prozent heute beschehen mit Schiffen schneller ich bin die ganze Zeit schiefen ach schiefen die ganze Zeit das weiß ich das liegt aber am Alter zurück so wer hat er mit wie war das zu die waren das nur weißt du doch mal so 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 ungefähr recht ungefähr noch ein bisschen sowas sowas noch ein bisschen so ganz genauso also wenn dann richtig wenn dann war es zu ändern so uns gar nicht so zwei junge götter springen wir ja wenn ich ein gott wäre würde ich fliegen jetzt bei uns mal der fakka letzt bei uns fliege der Reifen sehr schön wo der Lift war aber weiter warte 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 du bist wie immer zu weit unten weil er langsamer kletterer bis Wasser ich schaffte schon gestern auch immer dann durch ich bin jetzt immer ein du bist zu weit oben ja man kann es den anderen einfach nie recht machen ne stimmt das haben wir über die Jahre schon ja und ich habe auch gemerkt ich habe mal heute das wie ich das Video hochgegangen habe habe ich bin schon wieder nicht gesprungen was macht du ich dachte ich mache dir die selten Fehler wie gestern auch da bin ich beim ersten Leben ja auch nicht gesprungen gut dass ich dich irgendwie aber mitziehe ja schwerknochen du ähm ja ich muss mich bei dir entschuldigen ich bin sehr oft sehr ungerecht in dem Game weinst du vom Schimpfen her ja ne ich gebe dir oft Schuld wo du auch gar keine Schuld hast aber das bin halt ich ja aber ich beschwere mich da gar nicht mehr weil ich kenne dich ja jetzt schon viele viele Jahre ja oh Gott da bleibt uns so viel noch ich bin ja schon froh wenn wir hier mal die Zahlen diese Räder schaffen zu zweit diese Räder? ja diese Windräder halt also diese wo du jetzt gerade auch wieder runtergeflogen bist achso ja hört sich aus safe schaffen wir das diesmal bleiben wir den Weg also wir folgen den Weg einfach weil wir machen keine komplizierten das hat ja eh nix gebracht wir haben nicht immer was gefunden wir wurden nicht mal belohnt für unsere Entdeckungsneugier hier Entdeckungstour genau genau aber wir können gleich das nehmen oder? so darfst du es? ne ich häng da jetzt ich hole dich mal ein bisschen aber nicht aber hat es recht oder hat es gleich das nehmen da auch hat er mit doch ein bisschen heute mal sehr gut oh das mich ein Stück gefahr zu haben ah passt Kigas gegen sich aus oh achte nix achte nix achte nix wir müssen jetzt da wasser draufkippen oder so raufeludeln das sich dreht aber dann wird sich es langsam drehen glaube ich das dauert so jetzt da ok jetzt muss ich das müssen wir überlegen ich glaube wir müssen einfach auf die andere Seite rüberkommen naja uuuh warte vielleicht noch einmal zurück oder doch nix hol mich kurz du bist nämlich hoch ja danke ne und die da ah die ist glaube ich die bounce ne doch nicht ok ich dachte die würden jetzt ja bei uns ui wir sind ja schon bei drei vierte ne ja ich sag dann nach diesen nachdem die Asiaten geschrien haben kann nicht mehr viel kommen kann nicht mehr viel kommen warte 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 so jetzt ah sie ist schon bereit für uns aber wir drehen noch ne Ehrenrunde genau ist das jetzt eigentlich jeder oder das verdale japan kenn ich da nicht so aus wenn ich ehrlich bin ich hab auch keine Ahnung müsste man mehr Assassin's Creed zocken ich hab auch keine Ahnung ich dachte als Anime Spezialist kennen sie mich da dann aus Anime Spezialist nur weil ich welche schau ich sag da ich hab keinen Plan von dem ich schau sie gerne aber das war's auch schon wir balancieren ja warte mal ab bis die anfangen die Asiaten zu schreien ja anhammer war schon das war witzig gestern das war witzig gestern das war witzig gestern hier bouncen die ja let's bounce motherfucker let's bounce woher hin nein warte da ist der Lift 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 Lift ah ich dachte willst du wieder überspringen wie bei dem Ding halt auch du wolltest überspringen ja ich wollte überspringen weil ich dachte du überspringst auch ah ok dann denke nicht aber ich wollte dir dann folgen und du wolltest wieder zurück zu mir und dann hat es einfach nicht so ja gut der Teil war jetzt nicht zu schwer nein ich nicht das war jetzt nicht zu kritisch aber schade eigentlich hast du ja das war jetzt unnötig wenn wir wir müssen uns echt ein bisschen äh ein bisschen mehr reden wenn wir jetzt was überspringen wollen oder so wenn wir nicht nur regulären Weg gehen wollen stimmt müssen wir uns da ein bisschen absprechen jetzt diesmal gehen wir den regulären Weg bei den Schirmen ok siehst du so kann ich arbeiten wir nehmen jeden Schirm mit gut muss doch sonst schreien die Asiaten das wollen wir ja verhindern weil sonst wird es schwer weil auch das ist so jetzt nehmen wir wieder den Pups da hinten darf halt nicht zu weit vorlaufen ja jetzt bei uns mal der fakalets barriere von dahinten ist der fahrstuhl immer wieder dahinten und dann wieder da oder wieder ganz ganz gar nicht gut gar nicht gut das ist ein eventuell funktions naja gut wir haben sonst keine möglichkeit hier rüber oder von oben vielleicht wenn man noch mal da hochkommen jetzt hat mich aber besser ob jetzt hat aber dann gehen wir mal hier entlang das war glaube ich jetzt nicht so gut warte mal vielleicht warum zocki pause so genau so und nicht anders gut dass wir beide gleich ins video einsteigen so 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 ja aber so oder so ja okay machst du leise ein kind ich weiß nicht ich habe verstanden wir machen wieder kurz pause gut dann weitergehen mit familie es ist mir das geile ich glaube ich höre sofort hier ja wegen am hetzer du hast ja durch das mikrofon nein jetzt wenn du das jetzt versaut werden die asiaten richtig laut schreien was versauen weiß ich noch nicht einfach schon mal wieder bett sie vorsichtshalber die schuld geben was das alles was ich kann das nicht weg ich würde aber cool wie du dauernd der alte mann bleibst ich bleib dem treu ja ja weil mit diesem ding ding die besseren bilder hin finde ich mit dem ding ding mit dem ding dong machst du deine bilder mit dem mastbüller zusammen mit deinem ding dong so nicht ich ducke immer in Farbe rein und dann da kommen aber tolle dinge raus also was du jetzt dein ja 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 sag's ruhig der ist echt kreativ auch sehr gelenkig was du da auf die weinland spritzt du da kommt die drecksaus ihm raus so let's bounce so jeden schirm haben wir gesagt jeden schirm hoffentlich kommt da nicht zu aber ich vergesse es das war das ist nur wenn wir dann wieder einer auf der plattform bleiben muss weißt du die häuser wieder hinweg hier ich fühle mich wie ein Asiate der schreit nach spiderman amt viel zu viele weder sind hier ja aber eigentlich sieht ja voll easy und da haben wir warten bis ein dinge an einem vorbei und dann loslaufen genau ich warte lieber bis du losgelaufen bist was ich will nicht dass uns beide gleichzeitig rumverklatschen so ich bin ein bisschen nah dran wobei zieht ja eh den anderen runter ne ach du scheiße oh Gott oh gut das war es mal easy da weiß ich nicht oh oh vielleicht oh ok muss warten bis du auch abspringenst sonst haben wir ein Problem aha warte da kommt unser lift noch einmal drehen ja und dann glaube ich hier hoch aber ich bin nicht safe oder wir müssen hier bleiben da gehen wir noch mal runter Entschuldigung da fährt ich doch rüber ok ich das hat mich ein bisschen irritiert dass da noch so zwei solche kisten waren vielleicht weil du ich weiß auch nicht warum ja ich weiß nicht also keine ahnung es hat mich einfach irritiert lass mich doch ein bisschen irritiert sein aber der ist fies ist dass der sich glaube ich ein bisschen langsamer dreht wie dieser metallwürfel oder oder bleibt sich das gleich er dreht sich öfters schnell also der metallwürfel hat sich mehr zeit lassen bevor er sich dreht hat ne noch nicht drüber lass ich noch drehen ne ne jetzt da jetzt ok das machen wir ja das müssen wir wieder warte ich würde auch schon mal auf die plattform da hält man zeit wir schaffen es komplett durch ja ja dann warte noch und jetzt wenn es runter geht kann man hier noch abwarten ja genau und wenn er runter geht abgang das war jetzt eine knappe geschichte ja ich glaube so wenig wie wir zwei abspringen tut das sonst keiner aber ich glaube das ist der trick bei uns zwei zumindest ja das andere andere richtern train noch ein abschnitt erreicht schätze ich hm glaube ich noch nicht weil es sind immer die metalldifte glaube ich die die abstände trennen wir kommen jetzt glaube ich nur ein stück nach oben da hört sich irgendwie komisch an das bin ich das überlegt doch ach warte wir müssen das symbol nach machen ja ok das ist ja nicht schwer erstmal außen und dann innen ja wir gehen mal von links ok 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 warte man darf nicht zweimal dasselbe berühren ok muss man das abwechselnd berühren ne ich glaube das ist egal ja stimmt eigentlich reicht eigentlich wenn einer nebenher läuft das müssen wir uns nur ah warte weil sonst kommst du nicht in die mitte ich muss mich jetzt auf das stellen dass du dass wir in die mitte kommen muss man es nur überlegen ok warte warte was machst du jetzt alles was warte ja musst du auf das eine springen und dann springen wir schnell rüber darfst du das ja jetzt noch das eine aktivieren können ok jetzt nochmal mal besser die mitte oder wir können wir können eigentlich hier ein theoretisch so dann springst du aufs nächste dann spring ich auf die mitte auf fakt das war etwas so weit dann gehe ich hier ja dann kannst du das eine vor mich erreichen wenn du springst das vor dir ja ja passt ja renn einfach weiter so gut dann haben wir das erledigt ja pass auf dann dann spring ich auf das hier nein doch nicht es ist anscheinend wurscht ich gehe durch die ecke ja und dann machen wir die andere ecke genau ich muss nur ein bisschen näher ran damit ich gleich drankomme bitte okay ah jetzt bin ich wieder aufs falsche was heißt der boom heute ja weil es eine plattform erschienen ist achso man muss ok ist scheißegal ob es das falsch macht es muss nur ein bisschen was oh warte oh und 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 Kermit ist wieder zurück in dem business pads ja nicht ich habe es zu weit gebaut ähm b mach mach mal es ganz gut finde ich na jetzt hat er es wieder verschrien als das ist keine große herausforderung irgendwie sah schwerer aus wie es das ist das ist eine größere herausforderung gewesen okay ich war jetzt zu schnell muss ein bisschen auf dich warten vielleicht nicht dass man hängen bleiben weil manchmal gott das ist okay das ist fies das wird jetzt echt nein nein da hätten wir halten jetzt nicht mehr sein können scheiße kein shift springer sprung ja ja ich möchte nicht gut da ist das war mein fehler wo wieder hin wo wieder hin ja so wir müssen suchen das habe ich jetzt schon nervös gemacht als ich es gesehen habe ist erfreust du dich erst dass die hände durchgehen bocken waren aber das ist gut man kann auch das dinge drauf springen auf diese spottieren hat das ist das nächste mal wenn wir an dieser stelle sind mit diesen komischen springen unsere typischen pause noch mal machen ja ja sehe ich genauso wie du und zwar auch ein bisschen herum zu zucken dass wir es ja nicht bezüglich der das war gestern das hatte ich auch die fehler du gesagt hast du stehst schon auf dieser einem plattform wo du bei mir nicht auf dieser platte stand ja auch ein bisschen komisch oh danke dass es war dass wir oben sind das finde ich cool ich wieder zu weit bei uns und diesmal habe ich mich richtig gepounced so wieder die super herausforderung die eigentlich keine herausforderung ist ja wir wissen ja wo unsere herausforderung hier ist nein wir haben sie gemeistert um ihr meister es meistern würdet das macht ich habe den selben fehler gemacht ach so ich wollte schon sagen das macht uns zum groß meister warte mal hier der letzte sprung weiter wir sind kritisch dabei machen mir die mal waren sogar mehr sorgen wie diese sprünge ja ja wenn du die so siehst gar obwohl es sind viele vielleicht und los geht's ein bisschen trockener das kommt gleich wieder so jetzt easy easy peasy peasy ich weiß ich weiß ich weiß wie ich das mache ich habe die kamera ich schaue direkt nach unten ja mache ich auch ok wo sagen dann sehe ich es besser opa stimmt aber gar nicht ich bin trotzdem zu weit jedes mal ok vielleicht vielleicht ist so fast besser das ist echt eine miese nummer ok das ist nämlich jetzt 2 Nein, Warte, 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 Warte. Ich jump da einfach, OO, ja! Oh totally, was ist jetzt der Held? Wir müssen da auf die Waden. Ne auf die plattform als erster hier. okay da gleich die oder machen wir gleich machen wir gleich warte dann die nächste ja und dann die nächste ja und dann rüber hier aber jetzt müssen wir uns darüber bauen ist das richtig schaut wie sie zwar das ist gut ausschaut was sagst du oder so glaube ich gut aus ja dann nach vorne drücken oder nein doch nicht ich hab aber auch durch geht jetzt nach vorne gedrückt einfach da müssen wir irgendwie ach so und dann ich glaube die richtige reihenfolge kann das sein und jetzt die hier okay gut jetzt wissen wir es jetzt wissen ich mach's nicht ne ich auch nicht oh und wieder ein Lift hier die zieht gerade warte 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 soll was einmal durchlaufen lassen ja 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 und dann halt hätte man glaube ich genug zeit aber oder warten in der mitte können auch in der mitte warten okay dann dann warten wir in der bitte in der bitte in der mitte mitte ist besser ja immer so weit jetzt müssen wir nichts überstürzen wir haben es bald ich glaube dass nach dem japan ding noch ein anderer kommt und dann glaube ich sollte man es haben wir sind ja super also das wird auch mein gott oder oh mein gott okay da müssen wir sitzen also wenn wir das jetzt ohne absprechen ich wollte gerade sagen wenn wir das ohne absprechen schaffen sind wir absolute pros in dem game ja schau mal jetzt mal dass wir auf die erste kommen oder willst du dir noch einen Punkt machen wenn wir da runter raschen oder müssen wir wieder alles hoch ja ja stimmt wir machen noch einen Punkt noch ein Punkt okay ich bin immer froh wenn wir auf die erste Plattform kommen das ist eh langsamer das ist cool da können wir darüber einfach eigentlich ne ich weiß das nicht ich hänge wohnen das bachol das heißt wir springen aufs erste ja genau und dann immer wenn die kiste kommt das ist eh langsamer das ist cool da können wir darüber einfach eigentlich ne ja und jetzt können wir eins weiter rüber ja jetzt warten wir bis die kiste vorbei ist genau warten wir aber ein bisschen länger weil es geht schneller ja okay auf das schon ich hab's nicht geschafft aber ich bin am Haus auch schon alles gut okay warte mal warte mal warte mal Feuer, Eis, Eis, Feuer, Feuer, Eis, Feuer, Eis ok kannst du es dir merken? Feuer, Eis, Eis Feuer, Feuer, Eis, Feuer, Eis ist ja gar nicht so schwer einmal Feuer, zweimal Eis zweimal Feuer, einmal Eis einmal Feuer, einmal Eis ok also Feuer Feuer Eis nochmal Eis Eis Feuer zweimal Feuer ja 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 ich schaff's nicht drüber jetzt einmal Eis einmal Feuer einmal Feuer einmal Feuer und dann wieder Eis und jetzt? jetzt warten wir hier bis das Pferd kommt und uns abholt oh es kommt kein Pferd oh no oh 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 ist das richtig so? ich denke schon ooooooh ey mach keinen Scheiß ich lauf dagegen nein ich meine nicht nicht ach der fährt uns hier rüber ach der fährt uns hier rüber ach der fährt uns hier rüber doch 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 schön das war jetzt aber sehr nett von ihnen wir haben richtig nett unser spaß wieder hier es kommt das hier ist oder? ja also wo ist der da? und rüber bei dem ding warte ich weiß bis du springst und dann spring ich hinterher ich habe es gerade mitgekriegt ich habe es gerade mitgekriegt oh ja wenn ich das alles schon so sehe hier oh da hätten wir springen müssen ja nein hätten wir gar nicht das ist doch so was gegangen hier muss ich gut dass du das siehst ich lerne dazu ich lerne dazu ich lerne dazu oh Gott oh oh ich pounce motherfucker pounce 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 hier bleiben wir jetzt hängern kommst du auf die? ja warte ahIn den darfen ja 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 haha crufoad oh Gott das war jetzt echt ein Kampf Alter güja weil ich zu weit gesprungen bin oh das ist gefährlich nah dran wo müssen wir denn hin da einfach rüber warte noch jetzt oh okay Das ist sowas weg. Ne, das schafft man. Ganz easy. Da müssen wir bouncen. Och, ich wollte schon bouncen. Das kriegst du hin, Berti. Aber du schaffst das. Nein, 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 nein. Das geht aber noch, oder? Oh Gott. Das geht noch, das geht noch. Ist das jetzt anders? Nein, nein, nein. Ich hab nur falsch angefangen. Da ist das erste. Nein, das ist nicht das erste. Das hier war das erste. Ah, wirklich? Ah, okay, ich bin auf der falschen Seite. Ah, ja, ich bin auf der falschen Seite. Man kann einfach den Leser berühren. Das Problem war, ich war auch schon in der Luft, wo du gesagt hast, geh mal bouncen willst. Das Problem war, ich dachte, das Bouncing wäre das nächste. Und nicht das, was ich drehe. Ach so. Ich hab das bisschen falsch gesehen. Ah, okay. Ja, kann passieren. Weil ich wollte das auch nicht überspringen. Weil ich hab gesagt, wenn wir überspringen, dann reden wir uns ab. Aber ich hab wirklich gedacht, das ist das nächste gewesen. War mir eben nicht sicher, ob wir bis zum Bouncing kommen, aber jetzt wissen wir's ja. Okay, wir wissen, dass das total easy ist. Genau. Oh, das war vielleicht ein bisschen zu früh gehopselt, aber... Oh, lauf! Oh, ja, ich bin schon rüber, okay. Ja, ich bin irgendwie... Wow. So, Feuer, Eis, Eis, Feuer, Feuer, Eis, Feuer, Eis. Ja, okay, hast du gemerkt. Feuer, Eis, Eis, Feuer, Feuer, Feuer und dann Eis. Oh, ja. Soisch. Verrat mich, was ansonsten passiert? Fallen die da einfach runter? Ja, ja, das ist, das ist, äh, wie heißt das? Squid Game? Squid Game? Ah, ja, wo da, wo, wo sie die Glasplatten da laufen mussten, ne? Das war schon ein fieses Spiel. Vor allem, wie sie den einfach vorne geschmissen haben. Ja, aber bis, aber jetzt mal ganz ehrlich. Glaubst du, würden wir auch so sein, wenn es um unser Leben geht? Einfach auf die anderen scheißen und nur unsere eigene hart retten. Ja, aber ich wusste nicht, ob ich am Schluss gegen dich kämpfen würde. Er würde es doch verlieren, ne? Ich würde fies kämpfen. Ich würde fies kämpfen. Dann habe ich wieder keine Geduld. Das wäre das wahrscheinlich in solchem Spiel. Wir hätten keine Geduld. Oder wir würden die meisten Spiele nicht kennen, weil sie aus Japan sind. Wobei, dieses grünes Ding, rotes Ding ist eigentlich so ähnlich wie der schwarze Mann, oder? Ja, richtig. Ne, wenn man es so nimmt. Es war ja genauso. Nur, dass der halt dich gefangen hat, glaube ich, wenn er sich umgedreht hat, ne? Mhm. Mhm. Aber ich glaube, oh ja, ich glaube, ich würde gegen jeden fies kämpfen. Echt auch gern mich? Ja. Allein nur, weil ich ein Kind habe und ich, weißt du? Ich würde schauen, dass wir so weit kommen, wie es geht, wenn es dann so gegeneinander wäre. Ja, zum Beispiel bei diesen Würfelspielen, ne? Was ja, wo ja nur einer gewinnen konnte. Da hätte ich mich dann wahrscheinlich geopfert, weil... Mhm. Mhm. Okay, wir hätten doch... Ja, ich glaube, das ist nicht groß. Also... Okay. Okay, das warten wir noch ab und jetzt. Jetzt. Okay, alles cool. Alles cool. Plätze kriegt das hin. Ja, es ist fast und pull mich. Ja, gut. Bin um. Ich bin viel zu kurz gesprungen. Uah, warte, warte, warte. Uah, okay. Versuch, versuch aufs Fass zu gehen. Da passiert nicht viel, glaube ich. Ja, ja, ja. Das schaut gut aus. Pull ihn doch! Pull ihn doch! Pull ihn! Oh ja! Ja! ja da hier ich habe auch keinen bock auf das gut neuer abschnitt das tropen ding tropen dann würde ich sagen bis zum nächsten mal und dann kommt glaube ich der letzte abschnitt ich habe sowieso ein fehler oder dann hast du auch ein bisschen über dem boden schweben ach ja das habe ich auch okay passt bis zum nächsten mal